In here with the Showcase. Let's go. The Showcase or the Intro Trailer? Der ist genau in der Mitte als letzter Charakter. Vertraut mir, Freunde. Das ist der letzte Charakter. Ich weiß nicht, ob es in Season 4 kommt oder nicht. Wir könnten auch so schön sticky auf, von meiner Meinung, also von mir aus. Und wir könnten Finder Syros für den PS5 oder was. Wie geil Guglitter aussieht, Leute. Also, fühlt sich an, ich glaube, Color 1 wählen. Und wir könnten Finder Syros für den Guglitter. Scherpuff, danke schön. Ich habe es gelesen, Mann. Sehr, sehr cool. Lass uns das Team setzen und gehen zu... Destroyed City, warum nicht? Let's do this! Let's do this. Ich weiß, dass viele von euch sehr, 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 sehr begeistert sind für diesen Charakter. Us included. Er ist wirklich sehr, sehr interessant und anders. Ah, scheiße, Leute. Jetzt geht's euch. Es geht's. Ich sagte auch, was ich... Ich bin schon auf der Schrapp. Wir werden jetzt mit den Schrapp. Die 2L. Ja. Es ist nicht sokal. Aber nicht so schnell, aber nicht so schnell. Hier ist es ein. Ich bin schon mal. Das ist gut. Es 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 ist gut. Also, es ist ein 6-Framme. Die ersten gegen Greta Blue kämpfen. Monkey Punch. Neu Sages wäre echt nicht schlecht, Aron. Deswegen glaube ich auch eher an den FighterZ. Ja, das ist wirklich gut. Ja, ja. Okay, so das sind die Lightblanz, guys. Let's have a look at the auto-combo, perhaps, Damascus, if you would. So, there you go. And let me see. The second hit of this auto-combo, that hits mad high up. Ja, es ist super high up. Lelele ist sehr gut mit dem. Ja, so we might be seeing some shenanigans going on with this guy. Das ist die auto-combo, Leute. And the third kick actually has head invincibility. And it's also like this massive hitbox. So, and it's gonna hit a lot of stuff above him. And it's side switches on hit, which is really nice for combos. Yeah, definitely. Yeah, very, very handy there. Okay, let's have a look at the 2M perhaps. You know, it's very important. So, 11 frame start up goes pretty far. You know, it's got some good range on that. No, it's a good slide. It's also, if you string from your light normals, it's an anti-reflect raw tag as well, which is really nice. Obviously. Not a pretty rare thing for most characters to have. Very, very nice. Yeah, so it goes very far. Let's have a look at the... Oh, my goodness. This button is so good. This is the button. This is the button. What's the range? 9 frame start up. And look at the range. Yeah, this is the button TM. Like, it goes super far. And you're going to be using it a lot. Probably one of the best 5Ms in the game. Nine frames. Goes up pretty high too. It's very good. Yeah. It's crazy. Like, round start, 5M is very, very real with this character. Yeah, it will reach. It will reach. Trust. Yeah, absolutely. One of the best, you know, 5Ms out there. So, let's have a look at the 6M. Yeah, the overhead. So, you know, standard stuff. Yeah. Yeah. It goes pretty far. Pretty high up also. Uh-huh. Just your standard, really. You know, nothing to, uh, uh, to write home about. But let's go. Let's go. This button is ridiculous, man. Yeah. Yeah. Like, yeah. Yeah. You see how high up his head goes. Boom! And it keeps you standing, too. Come on. Come on, come on. Yeah. It's super far. Super high up. Yeah. It's honestly one of the best 2Hs in the game. Think so? No joke. Yeah. I mean that. It keeps him grounded, right? So you can do his, like, ground, like, special cancel options to make himself safe. So that's, it's very good. Very good. It's very good. Very good. It's very good. Okay. Let's have a look at the 5H, please. Okay. Okay. So again, very good range on there. Ah, that's right. So Bluff-Car-Mammer or so. That's right. I'm very excited about what, right? Yeah. No matter what. It doesn't matter what you chain into mediums, S or whatever. The 5H will not be a true block string. Uh, you have to do different options if you want to keep yourself gapless. But the 5H is really important in his pressure as we continue with the rest of his moves. Okay. Very cool. Okay. So that's the grounded buttons. Let's get on the jump. E-Sports! Yeah. Jump light. The arms crossed, you know? You'll notice it's like that. All the air moves are E-Sports, man. All the air moves. That's me. E-Sports auto combo. Yeah. Let's go. So that's the jump light. The jump medium. Yeah. It's just standard really. I have a question now. Many Russian situations. Many people said, Oh, FIFA Witter, he would be like a smash effect or anything like that. Yeah. His jump L goes up really high up too. And his jump A goes up so high and low. And you jail them air to air. Like really well from a ton of different angles. And his jump M is insane range. Insane range. You'll always get the cross up IED jump M from basically any range. Oh yeah. Into 5M, into whatever. In the air just kick. That's a legend. Yeah. 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 So that's the normales over and done with. We're gonna get to the specials in a moment. Let's get on to the supers actually real quick. Super. Okay. So he's got the level one super. Level one. Yeah. So. Very very interesting here. Wie geil. Nein. 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 Was der. Wow. Der port sich einfach auch hinter ihm direkt. Guck mal. Alter. Maru freut sich darauf. Weißt du warum? Raw Level 1 Leute. Einfach Raw Level 1 rein knallen. Und du kannst von überall einfach. Wie bei Ui. Oh my god. Oh. Richtig geil. Richtig geil. But the cool thing about the supers is the tracking is insane. It's like on like UI Goku air super level tracking. Guck. No matter where you DHT from. Meow. Hey. That's what's going on. It feels pretty, pretty, you know, immediate as well. Like it's gonna very, very fast. Oh. He's so cool. Okay so. Okay so. Okay so. Okay so. Just off the bat. It's not. An incredible level 1. Yeah. Okay. So that's the level 1. Let's have a look at the level 3. Level 3 Leute. Boah. Boah. Alter. Wie geil der das. Dieser Move Leute. Ahaha. 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 He has that in the air as well. Yeah. As you just saw. Okay ja. Um. Yeah. He's got decent. Dieser Move Leute. Ahaha. Sehen Dokan. It's plus 43. Ahaha. You're gonna see a little bit later what kind of OK options you can use as we go down his moves. But ah. Ah. Geil. You can do it from the air as well. And it's a little bit less advantage from up in the air. But you have a lot of ways to combo into it. Ahaha. Das ist dieser Move. Geil. 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 Aber ich denke da kommt noch was Leute. Ich denke. Glaubt ihr da geht noch ne. Kann das in eine Level 5 erweitern? Komm. Zeig mir noch was. Um. Okay. So. Baby hat nämlich 2 Level 3. Gib mir ein Level 5 oder sowas. Peace. It's time. Okay. So. Ja es ist Zeit. Komm. Gib mir die Level 5. So. Let's check it out. Okay. So. 6s. So this is where we introduce the Level System. So. Let's have a Level System similar to like Adult Gohan. You build it other levels. You see he's level 3 right now with 6s right. He builds up and up and up and up. 6. And you can see he's building bar as well as he's doing. What? They buffed something. Just like Adult Gohan. It caps out at Level 7. Yeah. And every time he does it. He builds 0.25 meter. Every time. Even after he hits Level 7. And so the exact number is. Every time you do this. You are buffing the next Level 1 or 3 you use. Yeah. And the actual numbers per Levels is. When it scales. Every single time you add this. It adds about 54 damage for Level 1. And 74 for Level 3. So if you are in Level 5. That's already like 250 extra for Level 3. If you are in Level 5. That's kind of spoilers. Almost like 400 for Level 3. So you obviously get a lot of ways to get this. And the other thing to know is that. Okay. It's like the Ult Gohan said. You can actually cancel vanishes. So you can buff your specials. Level 1 or 3. You can just get up level. And still get the wall after that. Still counts. Yeah. Yeah. Very, very. To 7 stacks. Yeah. So yeah. I mean it builds up and up and up. So maybe we can have a look at a super once you hit Level 7. Jaja. Bis Level 7 kann man stacken. So. Let's look at the normal Level 3 right. This is the normal Level 3. Okay. Normal Level 3. So you can see the amount of damage. So it's 4186. 4186. Okay. Okay. 4186. So when I go to Level 7. To show you the normal Level 3. In Level 7. Normal Level 3. Leute. Da kommt noch was. Glaubt mir. Da kommt noch ein Level 5. So that's like 500 extra. But. If you happen to be Level 7. And I'm gonna tell that to all of the content creators out there. That has to be erased about hitting this image. If you're Level 7. Guys. I'm not responsible for what's gonna happen. Jetzt auf Level 7. Halt deine Fresse. Oh. Was. Halt dein Maul. dividen. I found a certain image of. Ос, what was. What. Wait, wait, wait. What. Once he's in Level 7. Any hit you get. Wenn du Level 7 aufbaust, kann du das einfach die ganze Zeit aufbauen? Was? Leute, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss mal was klären hier. So wie es selbst Buff mit vorne X ist das, oder? Kann man das einfach die ganze Zeit spammen. Natürlich, in dem normalen Kampf kannst du dich einfach die ganze Zeit stehen und so machen, weil der Gegner panisch dich dann. Aber... Der hat den HDF-Blick. Was nur pro Seko ist, wenn man einfach einen Ultra ausstaut. Spam, Sieg, ich hab echt Legitimely gut Spam. Das kostet auch keine Key, richtig? Das aufzubauen. Man kann so eine gleiche Seite-Mix-Up-Option machen, wenn sie den Cross-Up bei Jump-Am mit dem. Aber ja, es ist auch die gleiche Key-Blast-Durability, um Fighters-Zeit anzukündigen. Ja. Da haben eigentlich sogar ein bisschen Key dabei. Ja genau, das ist mir auch aufgefallen. Hey, wie cool sie den gemacht haben. Richtig geil Leute, das gibt die Key auch. Was? Ey Leute, ich heul gerade, wie krank der ist. So, ja, wir sind über die Jump S. So, jetzt schauen wir mal an 2-2-S, das ist, äh, der BP. Let me chat, be, be very, look at the screen very well, and let me know, if you see anything different. So, guck mal kurz. Woah. Dragon Ball, der hat einen Dragon Ball bekommen. This is a DP. I'll do it again, in case, in case you missed it. Der bekommt Dragon Balls einfach. Who will catch this, chat? Who will, who will realize what that DP is doing? Carefully look at that screen. Wow, chat, chat suck, they're not, they're not understanding. Okay, here we go. Someone got it, someone got it, okay. It gives Dragon Balls. Was, es gibt einfach Dragon Balls? Bado Ritter soll irgendwie Dramatik finish bekommen. Das ist ja crazy. Er gibt es einfach Dragon Balls, Leute. The GT storyline Dragon Ball older, which is another key thing. I think. Router Router S, or was? Du musst einfach nur Router Router S machen. Freunde, DP, was war nochmal DP? Beispiel, dieser Super Saiyan Vegeta, der macht nur so nen Kick und das kontert an alles. Ist es das? War das denn DP? Der wird wirklich genervt. Der wird wirklich genervt. Keiner weiss. You guys wanna beam? PSYCH! Wie das Tifon beginnt, okay, dachte ich mir. AAH! AAH! Nicht dein Ernst! Oh, Luis Säule. Leute, nicht dein Ernst, guck mal. Oh, MAU. Als ob. Main, oder du? Alter, guck mal. Hey, die haben den übertrieben gut gemacht. Guck mal. AAH! 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 Holy! Die haben den übertrieben gut gemacht. AAH! AAH! Wenn du einen dodge und eine Level 5 dann kann er nämlich alles. Ich glaub meistens, dass er keinen Level 5 mehr hat wegen dieser Level 7. Die man dann buffen kann. Oder 7 Stacks aufbauen kann für die Level 3. Weil ich mein, der bombt eh ihn dann. Oder er hebe... Was? Fake camera. Ja, die 2 auf 4S. AAH! Okay. Ja. Er hat einen counter. Er hat einen counter, ja. Der hat noch einen counter! Es ist eine 4-Frame-Option. Du kannst es auch im Luftgelegenheit machen. Und das coolste daran ist, dass du es einfach von diesen konvertieren kannst. Alles, was du musst, ist superdash. Du spasst superdash. Was? Ja, sie gehen in einem Float-State für ein langes Zeit. Ja, aber es... Ja. Es wird nicht counter-assist oder keyblast oder was. Nur physisch countert es aber. Keine keyblast oder assist. Aber du kannst mit einem Superdash einfach weiter machen. So, das ist wirklich gut. Nice. Sehr, sehr cool. Sehr gute Anti-Superdash-Option, während du in der Luft bist. Ja, genau. Haben die in der Luft ist so wichtig. Der Fakt, dass er das auf dem ground und der Luft ist. Er kann uns einfach überall laufen, ja. Ja. Und er hat eine unglaubliche Jump-Lite, um die Superdash zu zu verletzen. Das ist auch wirklich gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. So, wir haben es ja bei Lens im Stream. Ja, Mann. Das finde ich echt komisch. Das ist gerade parallel. Das habe ich... Wieso haben die das so gemacht? Nach Guita sein Schurkiss gehen wir rüber in Lens, Leute. Zum Turnier. Aber ich würde gerne das Schurkiss sehen. Ja. Und es ist so. Das zweite Hips ist auf dem Weg, das ist der Fakt, der Fakt. Mhm. Es gibt eine Blocke zwischen den beiden. Also, wenn ich die Blocke auf dem Weg schreibe, dann mache ich die Opfer und 5 LLL. Das ist die Blocke. Ich spiele mal Lens im Lens im Lens. Das ist nicht komplett. Meinst du jetzt hier Fighters, oder was? Das ist Fighters und nicht Lens. Oder was meinst du genau? Also, ja. Der Überhäude ist eine 20-Framme. Es ist eine –5 LL auf dem Blocke. Und der 3H, der Überhäude bis zu LL, das ist 26. Also, das ist nicht die gleiche Framme, aber der LL ist viel besser auf dem Blocke. Es ist nur eine –2. Ja. Aber beide Optionen, die du kannst, wie in 5S, die sie zu machen, in 5H. Das ist verrückt. Also, das ist eine große Rolle von seiner Pressure, oder? Wann? Ja, man. Wie sollen wir Gräter vielfach machen, in Fighters? Einfach, ja. Legit einfach, ja. Okay, ich muss nach der LL, und ich muss nach diesen anderen speziellen Bewegungen. Und dann hat er die Command-Grabbe. Und du denkst, wow. Was? Ach. Ach. Hast du Karotte gezeigt mit? Weiß ich. Das werden ja nur los sein. Am Ende. So ab 6 Uhr morgens. 5.50 Uhr. Mhm. Es wurde noch nicht gesagt, wenn er kommt. Nee. Sehr schrecklich. Definitiv hat er einige wirklich gute Tools, um zu öffnen. Und du hast gute Damage ab. Und so. Ach, wieso mein Super-Sandierung? Der wäre schon crazy, ja. Der wäre schon crazy, wie es aus scheint, wie es scheint. Wenn er dich nicht öffnet, mit all den tricky On-Block-Options, dann guckst du was. Es ist nicht so, dass du dich nicht öffnest. Es ist aber, dass er keinen Keyblast hat. Er hat keine Beine. Was macht er mit Vollscreen? Was macht er mit Vollscreen? Was kann er tun? Keine Vollscreen-Options. Aber warum? Ich zeige dir. Hä? Er kann zwei Mal dashen. Okay, 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 okay. Er hat keinen Keyblast. Okay, 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 okay. Er hat ein Double-Air-Dash. Double-Air-Dash. At all times. No one still. Always has Double-Air-Dash. Der kann Double-Air-Dashen. Das ist bei weitermals die unikste Sache über die Charaktere. Also, was du kannst machen, du kannst A-Dashen, A-Dashen oder Double-Jump-Air-Dashen. Also, wenn du zum Jump-Jump-Air-Dashen. Ja, also wenn du zum Jump-Jump-Jump-Air-Dashen machst, kannst du ein Dashen machen. Du kannst nicht zum Jump-Dashen machen. Ich weiß, dass der nicht dran ist, aber ich will auch schon wieder schauen. Also, da geht es euch, Leute. Double-Air-Dashen. Und er hat viele unikere Mechaniken, die niemand anderes hat. Wie das zum Beispiel, der Dragon Ball-Tag. Diesen Monat? Am Ende oder nächsten? Hoffentlich, ja. Ich denke schon, dass er demnächst auch kommt. Boah, das ist ja auch geil, oh Gott. Wenn Greta die Fake-Kamer mehr als Konter hat. Da haben wir ihn annehmen. Der ist Broken-Jump-Jump-Jump-L-Air-Dashen. Das ist alles gut, wenn wir den gleichen Team gespielt werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja man, Level 1 und 3 wurde schon gezeigt. Krass. Aber das ist nicht alles. Ja Wesker, das Video kommt morgen. Ach nee, aus dem 660 hat nicht so einen aus Part 2. 2-3-6-L. 3-6-L. 3-6-L. Ja, das ist das. So, das ist unblock. Und das ist unhit. So, das ist wie ein Rush Punch, ein Lariat. Wie ein Lariat? Ja. 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 Die Medium 1 gibt es eine Animation, nicht? Ja. 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 Ja, alles gut. Ja. Weil du kannst das in der Air machen. Du hast ein paar. Wir vergessen, dass er nicht einfach eine Rejump hat. Er hat sehr hart Rejump. Aber er hat eine Art Rejump. Aber er hat eine Art Rejump. Ja. Mit dieser Rejump, du musst nicht mehr Rejump. Ja. Wir haben uns auch... Der Rejump ist wirklich hart. Du kannst 5-H-Delay-Jump-L-Jump-M Aber es ist nicht wert. Jumaish, du solltest einfach jump-canceln. Ja. 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 Wie du siehst da. Connect die 6-Fage. Das ist der optimal Kombo für ihn. Absolut. Die heavy Version der 2-3-6. Das gibt ein einfaches Follow-up. Du kannst einfach Dash-up und einen vollen Follow-up. Side-Switches auch. Ja. Es ist Side-Switches. Es bekommt viel. Und weil es die gleiche in der Air. Es ist eigentlich eine gute Super-Dash-Konversion. Ja. Das ist echt toll. Du kannst so viel von diesem. Du kannst einfach Dash-up mit 2M, man. Du kannst einfach einfach Kombos mit diesem. Sehr, sehr stark. Du kannst es auf vieles. Du kannst es auf vieles. Du kannst dann einfach... Du bist eine Air-to-Air-Solution nach einem Super-Dash. Das ist genau so. Die einzige Sache ist, dass du eine bestimmte Sequenz brauchen. Um alle auf einem Channel was geht. Du musst die Delay- oder die Convoi-Bit, um diese 2M zu land. Ja. Das ist ein Side-Switch, das du hier kannst. Du kannst hier rein rein machen. Haha, dass du dir einfach gelten kannst und sich komplett blockieren kannst. Sie sagen ja. All das stimmt hier. Einfach dann. Wir gehen ja." Ei, ey 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 ey. Jetzt ist euch klar. Ja. that is cool. Sie sind richtig geil. dass es einfach parallel ist, also vor allem die Showkicks und so. Aber danach schalten wir rüber. So, if you guys are noticing, he has a plus special move, the 6H option, a command grab. There's a lot. When you get pressured by this character, he can keep himself, stay plus, go into 6H, he has the threat of the overhead, and he has the double air dash too. After I played him more, it really made sense why he didn't have the 2L blow up, because he has a lot of ways to really keep pressure up. The EX Axe Kick, the overhead, it's, like, you can, we TK'd in a lot of situations, to keep our turn, and, like, you could do it from neutral, like, it's really good. The jump EX Axe Kick, I can definitely attest to, is very strong, very strong. Yeah, I think the only thing for me is, like, after the light one, yeah, it's kinda hard sometimes to lose that level 3, because you really need to do it exactly when landing. I think, uh, that timing is kinda annoying after long hits and combos, so it feels like the 2-1-4H in the air is actually, like, maybe the better choice to get, to get an easier version of a level 3 after that. Yeah, yeah, I think, yeah, if you're not, if you're not feeling too confident, you can do the EX. You can also do, uh, the air level 3 as well, but, yeah. It is technically possible to do light Axe Kick anywhere into level 3. It's just, it's a little hard. Okay, yeah, 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 yeah. I think the light Axe Kick is like the go-to combo ender as well. Like I see, like, most of his B&Bs seem to end with the, uh, the 2-1-4-Light, so, um. But yeah, the medium version you don't really use in combos, that's more for, like, frame traps and plus frames and stuff like that, right? Yeah, yeah, definitely. Okay. It's definitely the one, but you will use the light, so, like, you got plenty of ways, uh, I was showing, like, one of them earlier. So, you have plenty of ways to, uh, get specific strings, like, to get to hit it. Thank you for our GZ. Like this one, it's like, ah, I can't get it, like, properly, because you need your openings to be slightly over you when that jump page happens. That's, like, one of the main things, that if you don't get this properly, you're not gonna get the, uh, proper, like, angle to get it to happen. You know, that's, that's one of the main issues with this. Okay. So, let's have a quick look at his Assists. Um. Assists come now. Uh, Assists. Yes, please. Let's, uh, get the man in. So, A-Assist is... His A-Assist. He gets half the bar and it builds a hull, right? And half the key. Yeah. So, yeah. Half the bar builds up the level. The only difference is, it cannot go higher than level 5. Ah, he can't go higher than level 5, but... He has to do some about himself, you know? Yeah. A bit of that work needs to be done, uh, for himself. Uh, the second assist, B-Assist, is... Uh, I think it's gonna be his preferred one. Yeah, this is the main assist that we've used. Uh, the main assist is nice, you know, if you have a build for that, a team build for that. But overall, the B-Assist is very, very flexible to use. So, 25 frame layer, 33, plus 33 on block, so it's really good block stun. Yeah. So, not a lot of pushback either. So, it's really good for, like, mixups, and really good for combos. And it's also projectile level, just like his layer, around, like, frame 10. So, it's, it's got some good utility. It goes to decent range, too. Yeah, decent range, goes to projectiles. Uh, almost kind of like, cool on this, and, you know, before, except for that. And, you know, before, except for that, so. Yeah, solid assist, solid assist. Yeah, man. Yeah, man. And if I take this, the C-Assist. Let's talk about the C-Assist. And, uh... Okay, so this... So, this one... Um, yeah. It gives the Dragon Ball. Yeah. It gives the Dragon Ball. It's his DP. It gives the Dragon Ball, guys. It's, uh... So, if you get that extra Dragon Ball, you know, if you want to summon Shenron. Yeah. You might, you might want to go for Gogeta C. Dein Ernst. I know people are getting ideas already. That being said, I got to be really right. 16 frames. Like, you know. Oh, yeah, yeah. I mean... It is involved, which is nice. And it doesn't track either. It's only ground. It's only ground, yeah. So, it needs to be balanced somehow, because you get a free Dragon Ball, man. Like, come on, no one else does that. Um, yeah, yeah, yeah. Even, even on with, uh, it builds, it builds the Dragon Ball as well. Just like... And, uh, it's the same. So, yeah. So, yeah. Sorry, I can't do it for you, man. If it's parallel to show you. Yeah. So, yeah. You can build multiple Dragon Balls in the same combo, by the way. I hope they can do it. I hope they can do it. Yeah, hope they can do it. Yeah. Remember, we got plenty of... Oh, I did the combo. Let's go. You know, plenty of combo videos to come. Ja, das ist schon cool. Ich habe das schon gesagt, dass wir das schon wiederholfen haben. Ja, das ist schon wiederholfen. Das ist schon mal so, dass wir das schon wiederholfen haben. Das ist wirklich interessant. Ich habe jemanden gefragt, die Reflation anzunehmen. So, ich kann das mal kurz sagen. Ja, das ist nicht so, dass Blu-Gur-Judas ... Er ist einfach so, wie er hier ist. Er ist einfach so, dass wir das schon wiederholfen haben. Das ist wirklich das, was wir haben. Wir haben natürlich vieles, also viel Zeit. So, wie viel Zeit haben wir für die Zeit? Wir haben nicht mehr Zeit. Ich denke, wir werden jetzt schon aus dem Zeit mit dem Zeit sein. Ich war eigentlich worried, dass wir nicht mehr able to getrennt. So, hier ist der Programm, um die Leute zu halten. At dem Moment, wir haben das BASIC Showcase getan. Ich möchte Ihre Meinung nach. The other thing to know, ist, dass wir noch viel zu tun haben für heute. Heute gibt es ein Combo-Video, mit dem der Combo-Maker und die verrückten Combo-Videos. Er hat einen Weg, dass es von ECO man zu holen, mit 7 Niveau und 3. Ein paar Spiele werden versuchen, Kombos von ihm zu zeigen, zu Combo-Videos. Was wird passieren, ist, dass zwischen den nächsten paar Arken, du hast immer ein paar Gugeta-Kontent, ein paar Matches zwischen Apology Man und Jonathan Tenet. Wie fühlst du eigentlich über den Charakter Apology Man? So, nachdem ich ihn spiele, ich war ein bisschen schade, dass ich, oh man, keine voll-screenen Optionen habe. Das ist ein bisschen schwierig, weil viele starken Charaktere in diesem Spiel haben wirklich gute Key Blast. Aber seine Optionen in der Mid-Range sind so potent, und er hat eigentlich einfach die Möglichkeit, um System Mechanics zu benutzen, und seine Double-Airdash, um wirklich zu drücken, wenn du patient bist, und deine Assistenz properly hast. So, für mich, ich wirklich denke, dass er eine Beam-Assist mit ihm ist sehr gut, weil er nicht die voll-screen Optionen hat. Ja, laut Nispa, du hoffst, dass er nicht so ein Broke mit dir aussieht. Der hat keine Full-Screen-Auction, was wir gerade ansprechen, und das macht definitiv einiges aus. Ja, auf meinem Kanal werden dann alle News kommen, richtig alle wichtigen News. Ja, ich denke, er ist sehr gut, aber ich denke, er ist sehr gut, nachdem ich ihn zu spätigen. Ich denke, er ist definitiv ein Charakter, der ein sehr solides Spiel wird, weil er keine freien Wäsche, um die Art von Fullscreen zu spielen. Also, ja, ein wirklich, wirklich cool Charakter. Ich freue mich auf ihn. Aber, unfortunately, die Leute, jetzt haben wir uns jetzt mit unserem Charakter-Showcase hier. Wie Damaskus gesagt hat, es wird mehr Gojita-Kontent innerhalb der Show. Absolut. Zwischen allen Arc werden wir matchen, Combo-Videos, Dinge wie das, um euch zu freuen. Ja, okay, das war's für eine gute Showcase. Ich denke, man, das war viel Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Trailer-Showcase, ähm, erst am Ende der Ankündigung, bei der Ending-Zeremonie mit den anderen Spielen. Ja, ja, ja. Ja, 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 das ist meine Dragon Ball-Strike-Combo, und ich habe einen Shenron mit ihm, hoffentlich sehen wir das später. Aber ich habe auch eine Combo gefunden, wo man alle 7 Dragon Balls in dem gleichen Combo kriegt. Das ist super hoch. Ja, ja, ja. Das ist echt krass. Das ist echt krass, man. Was hat eine Combo gefunden, in dem wir einfach alle 7 Dragon Balls auf einmal bekommen mit einer Combo? Also, hier ist ein Teil, right, Gogita Basic Showcase ist done, die ich hoffe, ihr habt euch alle genutzen, mit der Menge, die er bekommt. Ich habe nur noch eine Frage, aus dem Chat, die wir nicht mehr erwähnt. Wenn er seine Super benutzt, seine Level zurückzunehmen. Ja, das ist doch. Ja. Das ist einfach ein One-Shot, das ist halt eigentlich schön. Ah, Mini-Patch-Notes gibt es auch noch. Irgendwann in der Show. Ja gut, Boys, aber soviel zuerst zum Gritta Showcase.